Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1 Part 36 Gut, ich habe gerade den Kapitel 10 Genau am Anfang, ohne Erwärtsschulde keine Lust mehr Isaac, ich habe das Shuttle gefunden von dem Hammond sprach Scheiße, nicht gut, das Shuttle ist tot Jemand hat die Navigationskarten entfernt, Gott weiß warum Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind Ich lade ihre Positionen runter Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen Du brauchst also einen Schlüssel der Crew Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden Klar, da finden wir alle Teile Liegt hier erstmal was drin? Sieht nicht so aus Ach du Scheiße, Alter Der erwartet mich vor jemand Oh mein Gott Oh mein Gott Shit, Alter Das ist unglaublich Wie das hier Macht ist Es geht Oh fuck, ey. Ich gebe gar nicht kurz zum... Also das ist gar kein Job. Doch, da ist ein Job. Ich gehe mal ganz kurz zum Shop. Also ich bin mit dem Kabel jetzt schon fertig, echt. Ich verkaufe ganz kurz das, was ich da gerade eingesammelt habe, was ich nicht gebraucht habe. Genau das hier nämlich. Energielaserkanone, ja genau, das brauche ich nämlich nicht. Könnte ich mir was kaufen. Oh Gott, ich habe so viel Heilung, also. Ja, ich habe alles, von allem genug. Obwohl, einen Knoter können wir vielleicht kaufen. Wie viele Credits habe ich? Ja, ich kaufe mir einen Knoter. Ja gut, das reicht erstmal. Also einen Knoter sind wir schon mal sicher. Und weiter geht's nach oben. Lieblingskunde, cool. Das machen die wieder. Wenn ich das einmal... Ich habe es schon einmal gemacht, da habe ich mich umtrennen und bin zu erschrocken. Da hat mich fast das Herz rausgelagert. Und da hinten ist eine Werkbank in der dunklen Ecke. Text-Log. Ja, ihr könnt jetzt Stop drücken. Jetzt ganz runter gehen nach unten. Wie viel ist das eigentlich? Oh, Klar! Wir haben noch was zum Lesen, falls ihr's lesen könnt. Aber ich vermute mal jetzt stark nicht. Jetzt haben wir auf Allgemeines rund... Was ist das? Ein Buch oder was? Äh, ja. Also, weil ich Zeit hatte es zu lesen, viel Spaß! Ende, okay. Hey! Toll, ein Fehler, aber das ist Geld. Super egal. Ein Knoten! Plasma-Cutter. Kein nix. Könnte ich schon was verbessern, aber halt nicht wirklich, dass es was bringt. Das ist fast fertig. Ja, machen wir das hier. Gut. Und jetzt traue ich mich irgendwie nicht, mich umzudrehen. Komm einfach ganz schnell, kommt, komm ganz schnell, ganz schnell. Ja, toll. Um es doch nicht umgedreht. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit, aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Da kann man nur sagen, so ein Arschloch. Oh Mann! Das ist jetzt wieder der Raum hier von Dead Space Extraction. Also wer es kennt. Oder wer es hat. Oh je, das ist... Ich hab schon weit jetzt eine Dead Space gespielt. Ach, du Scheiße und ich... Ich hab grad echt Angst. Oh fuck! Wuhischt es! Da draußen! Oh oh! Ich glaube es will rein! Aber sie ist weg jetzt komischerweise. Ich muss leider lang her. Also der Raum geht ja bis jetzt noch. Ist mir gar zu schlimm aus. Ach du Scheiße! Oh shit! Fuck alter, das sind zwei! Oh shit! Fuck alter, das sind zwei! Ja genau! Boah! Zu Arm und weg ist sie. Jawohl! Boah ich hasse ihn geschehen. Ja ja! Ich hab Zeit! Ich seh hier nix! Ich seh hier nix! Ich seh hier nix! Bis zu vorne hört sich der Platz. Man kann an, wie so eine Laser-Kanon ist mit Star Wars. Man kann an, wie so eine Laser-Kanon ist mit Star Wars. Endlich! Boah! Ich hasse dich, die macht mir voll angst. Also die große. Wenn sie sich aufteilen, dann ist relativ egal. Das ist genau der Raum von Dead Space Extraction. Ah! Wo? Der ist tot. Ah! Ein Knoter! Kann man doch immer brauchen. Los! Jetzt geht's wahrscheinlich wieder nach oben. Oh ja! Hier ist noch ne Kiste. Traurig ist. Hey! Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beilen Sie sich! Ja, ja. Ich würde auch mal gerne reden. Mit jemandem. Ein normaler Mensch. Die sind ja halt durchdressen. Oh, Mann. Komm, lauf schneller, Isaac! Was ist so'n Witz da, Alter? Ich muss nach rechts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann! Oh, Mann! Alles tot. Oh ne, da lädt nur eins. Jetzt ist alles tot. Hier ist nix mehr. Ja doch, das hier noch. Die muss da rein. Okay. Hier liegt ja nix mehr, ne. Ah, okay. Dafür war das schief. Ich bin nur gespannt, wann dieses Viech auftaucht, das nicht stirbt. Und ich will's ehrlich gesagt gar nicht wissen. Oh man. Bewusst oder was? Die Kiste, die gehen mir grad echt am Arsch vorbei. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden aufgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Alles einsammeln, da kommt's doch noch schnell alles ein. Hier scheint man so ziemlich geschützt zu sein. Hier ist n Speicherpunkt. Ja, ich bae in dem Part. Das Ende aller Tage. Okay. Hoffen wir mal nicht, dass das Ende ist. Okay. Wir sehen uns in Part 37. Okay, also bis dann. Ciao.